Da kommt ein Mann, junger Mann, der ist sehr lieb, sehr nett und der wird ihm helfen. Das wäre so, was ich sagen würde, zum Beispiel zu unseren Bewohnern, wenn er so zum ersten Mal hinkommen würde. Willst du das Früchte schicken? Ja, bitte. So. Es gibt alles Gutes. Bitteschön. Gibt es vieles heute zu Früchten. Kaffee, Saum, Semmel, Eier, Butter. Das Augustinum Neufriedenheim, wie alle anderen Augustinum, sind ja ein betreutes Wohnen. Das heißt, hier leben Bewohner in ihren Apartments, die sie selber einrichten und wir als Pflegedings gehen und kommen zu denen nur, wenn sie uns brauchen. Der Ivanscho hat sich bewusst für die Pflege beworben. Sein Ziel war es, wirklich im sozialen Bereich reinzukommen. Der Ivanscho kommt aus Mazedonien. Die Sprache war es halt von den Deutschkenntnissen schwierig, aber er hat so wirklich gesagt, er wird alles versuchen, das schnellstmöglich zu lernen. Dann haben wir ihn unterstützt mit Deutschbursen. Am Anfang, ja, konnte ich nur drei Worte, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Danke schön. Und verstehen Sie auch. Ja, natürlich verstehe ich alles. Mit Aussprache habe ich noch ein bisschen Probleme, aber... Ja, das ist halt eine bayerische Aussprache. Eivanscho hat Ziel, um Menschen zu helfen. FSJ-Jahr ist eine gute Möglichkeit, das im Leben zu bringen. Ich heiße Anna und ich komme aus Russland und Eivanscho ist mein Freund und bald haben wir Hochzeit. Ich denke, dass für Eivanscho im Leben Familie wichtig ist. Das ist ganz gut. Ja, 272 PS, 2009 Baujahr, 18.000 Euro, ja, können wir, nach zwei Jahren, warum nicht? Nur für dich. Aus meiner Sicht würde ich sagen, er möchte sein Leben auf eigene Beine stellen und ich glaube, aus der Ecke kommt auch der Ehrgeiz und dieses Durchsetzungsvermögen und dass er sagt, ich will es und ich schaffe es und dann gebe ich ihm auch die Chance, dass er das auch hier bei mir machen kann. Das heißt, ab 1. September beginnt er mit der Ausbildung zur examinierten Altenpflege. Der, glaube ich, nimmt den Schlucker, also schon ernst, aber ich glaube, er ist sehr intelligent. Ich schätze ihn schon so, er ist nicht, also so, er hat schon ein bisschen ein Köpfchen. Dass ich sie…